Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Mittwoch, dem 28. September 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1256, heute mit den folgenden Themen. Google Fotos, Facebook, Audacity, Sicherheitsforscher, Threema, Berachrichtigungscenter, Twitch und der Stage Manager. Wir beginnen mit Google Fotos auf Reddit, aber auch auf den Google Foren, wo man sich beschweren kann über Google oder Hilfe suchen kann, melden sich immer mehr Nutzende, die ältere Bilder mit Artefakten haben. Warum geht es da genau? Man schaut sich ein Bild an und dann schaut es aus, als hätte da jemand darüber gepinkelt oder sonst irgendwas damit gemacht. Also wie man es halt früher kannte, wenn ein Foto einen Schaden genommen hat. Das Ganze ist komischerweise nur dann zu sehen, wenn man es im Übersichtsmodus anschaut, im Detailbild, respektive wenn man das ganze Bild downloadet und sich dann anschaut, ist es nicht drin. Und oder noch nicht drin. Das ist irgendwie komisch, irgendwie speziell. Google hat sich noch nicht dazu geäussert, wie das Ganze ist. Zum Glück passiert das nur bei älteren Fotos. Habt ihr also schon länger Bilder in dieser Google Cloud? Dann schaut mal nach, ob ihr auch solche komischen Artefakte mit drin habt. Und lasst mich wissen, würde mich Wunder nehmen. Ich bin echt gespannt, wer das alles betrifft und vor allem, was da genau die Ursache dafür ist. Dann gibt es Neuigkeiten von zwei Klagen von Facebook-Nutzenden in Richtung Meta, der Firma der neuen, in Anführungsschlusszeichen, hinter dem grossen Konzern von Instagram und WhatsApp und Facebook etc. Weshalb werden sie verklagt? Das ist relativ einfach. Die Klagenden sagen, dass Facebook böse ist, in Anführungsschlusszeichen, weil sie im In-App-Browser die Daten mitlesen. Seien es, wo man hingeht, was man tut, ob man einen Screenshot macht, einen Text rauskopiert oder auch vielleicht Kreditkartendaten eingibt, Passwörter und so weiter. Facebook selbst sagt, ja, nee, das geht ja gar nicht, weil Apple ATT, App Tracking Transparency, ja, seither ist das nicht mehr möglich. Deshalb unter anderem, liebes Facebook und Zuckerbergchen, macht man das Ganze ja auch oder hat Apple diesen ATT eingeführt? Es war früher möglich und deshalb geht es euch an den Kragen. Anscheinend soll es auch jetzt noch in Anführungs- und Schlusszeichen einfachen Wegen möglich sein und deshalb möchten die zwei beiden, die die Klage anstreben, eine Sammelklage anstreben und das Ganze noch ein bisschen grösser aufziehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es da den einen oder anderen Batzen Geld in Richtung der Kläger geben wird innerhalb der nächsten, keine Ahnung was, Monate, Jahre wahrscheinlich, bis das Ganze durch ist. Oder City, die Aufnahmesoftware, die Open Source und kostenlos ist für Windows und Mac Rechner etc., Linux Computer, die hat die Version 3.2 erreicht. Im Übrigen, ich zeichne gleich gerade mit dieser Software auf, nicht mit der Version, sondern eine deutlich älteren, aber meine Tests sind noch nicht abgeschlossen mit der neuesten Version, somit bin ich immer noch in einer Zweier irgendwo. Genau, was ist neu damit drin? Nehmen ein bisschen Optik, vor allem die Echtzeiteffekte. Das heisst, ihr könnt ab sofort während dem Aufnehmen von Stimme oder Gesang oder Musikinstrumenten, was auch immer, Effekte auf die Stimme legen und die intuitiv oder besser gesagt einfach in Real-Time verändern, anpassen und so. Und das eben in neu, genau, in Real-Time. Was auch neu ist, bitte beachten, wenn ihr euch die entsprechende App für einen Mac Computer runterladet. Mittlerweile gibt es zwei Versionen, eine für die Intel Macs und eine für die M1 Maschinen. Schaut, dass ihr da die richtige nehmt. Ihr könnt sie ansonsten gar nicht öffnen, aber dennoch habt einen Blick darauf. Einen Blick hatten auch Sicherheitsforscher auf den Play Store und den App Store von Apple. Was wurden gefunden? Bei Google 75 Apps im Play Store und bei Apple 10 Apps im Apple-eigenen App Store. Was haben die Apps getan oder tun sie oder doch getan? Sie haben Werbung ausgespielt. Eigentlich nur das. Und zwar exzessiv und fleissig. Und zwar so, dass sie ganz viel Einnahmen dadurch generiert haben. Das sind natürlich Dinge, die einfach nicht gehen und sauber sind und so weiter. Ist erstmals im 2019, im August, schon aufgetaucht und jetzt wieder mal entdeckt worden. Die ganzen Apps wurden gelöscht. Da gehörten unter anderem Plündern, sie das Schloss, Runbridge, Shining Gun und so weiter mit dazu. Apps, die ich bis jetzt nicht wirklich irgendwie mal runtergeladen hätte oder gesehen habe. Aber ja, eben, es braucht halt auch nicht allzu viele, um da ein bisschen Geld zu verdienen. Aber natürlich umso mehr, umso intensiver lässt sich da Geld verdienen. Die einzelnen Apps bei Google, aber auch bei Apple sind übrigens mittlerweile verschwunden. Die solltet ihr euch nicht mehr runterladen können. Dann gibt es Neuigkeiten zu der App Threema, dem Schweizer Messenger, dem sicheren Messenger. Was ist neu da drin? Zum einen könnt ihr einzelne Chats als privat markieren und mit einem Passwort verschlüsseln, respektive zugänglich machen. Ihr könnt auch nicht mehr nur Apps, genau, Apps, Chats löschen, sondern die in ein Archiv verschieben, sodass ihr die für später irgendwie doch noch berat habt und sie nicht durchgehend löschen müsst. Was auch neu ist, dass ihr verschiedene Lesebestätigungsmöglichkeiten habt. Und alles andere würde ich sagen, schaut ihr euch auf daily.geektalk.ch im Podcatcher eures Vertrauens oder eben auf der Webseite nach und klickt da den Link an, da wird das Ganze beschrieben. Da ist auch ein Beitrag drin, der beschreibt, dass Instagram und Facebook nun gemeinsame Sachen machen, was das Benachrichtigungscenter anbelangt. Wer die gleiche Grundlage für die Plattform nutzt, für beide Accounts, der wird das Ganze immer mehr verknüpft sehen in Zukunft und somit eben auch das Notification Center. Das heisst, ihr bekommt bei Facebook auch mit, was drüben bei Instagram Neues passiert ist. Und umgekehrt, Hauptsache hier geht nicht aus einer der beiden Apps raus. Das wäre ja Blasphemie gegenüber dem Herrn Zuckerberg. Ja, tschüss Facebook, würde ich mal sagen. Weiter geht's mit Twitch. Die haben Ärger. Weshalb? Ja, man war immer eine Familie. Es war ein Netzwerk, das sich auf die Bedürfnisse der Creator konzentriert hatte und auch für die gearbeitet hat. Geschaut, dass es denen gut geht. Denn, wie heisst es so schön, wenn es den Creator gut geht, geht es auch der Company hintendran gut. Deshalb hat man auch beim Verteilen des Verdienstes über die Plattform 70,30 geteilt. Nun möchte man das ein bisschen anders gestalten. Die grossen, die so teuer sind im Unterhalt, weil viele Streamenden ihnen zuschauen, denen soll nur noch 100.000 US-Dollar ausgezahlt werden im Verhältnis 70 zu 30. Nachher soll das Verhältnis kippen auf 50,50. Das wiederum soll der Gemeinschaft zugutekommen und somit dann die ganze Plattform stärken. Die einzelnen Streamer oder zumindest die, die sich gemeldet haben, die stören sich vor allem an der Art und Weise, wie das Ganze vermittelt wurde. Bedenkt man doch, dass da Twitch ja nicht unbedingt so ein kleines Startup ist, das keine Kohle hat. Nee, da steckt das Riesenunternehmen Amazon dann hinter, die ja doch auch unter anderem Web-Services wie AWS, Amazon Web-Services haben und somit das Ganze sich auch irgendwie kostengünstig konstruieren können. Aber wie immer, es muss Geld regnen für die Investoren und wahrscheinlich auch sonst noch für wen. Genau. Weiter geht's und das ist das letzte Thema mit dem Stage-Manager. Das Schöne ist, es gibt mal tolle Neuigkeiten. Der kommt ja mit 16.1, was Apple aktuell sehr stark anschiebt, denn die dritte Beta ist mittlerweile schon draussen. Das heisst, es könnte bald mal kommen. Stage-Manager geht nicht nur, wie angekündigt, für das grosse iPad Pro und das kleinere der neuesten Generation sowie dem Apple iPad Air. Nee, es geht auch für das Vorjahr-Version. Welches das genau ist, schaut am besten nach. Das sind die 2018er und 2020er iPad Pro Modelle mit dem A12X sowie dem A12Z-Chip-Generation. Das sind wiederum mal schöne Neuigkeiten. Es wird nicht mehr weggenommen, sondern mehr hinzugetan. So darf das immer wieder mal sein. Ja, das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen schönen Tag habt, wenn euch das ein bisschen was mitgegeben hat und wir uns bald wiederhören. In diesem Sinne, bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.